So Leute, einige von euch werden sich vielleicht daran erinnern, dass ich vor ein paar Monaten über das Projekt Artrade berichtet habe. Seitdem hat das Team dahinter seine Plattform weiterentwickelt und die Community vergrößert, da sie sich auf den Start in der ersten Hälfte des Jahres vorbereiten. Falls ihr jetzt Artrade doch noch nicht kennen solltet, es wird der erste NFT-Marktplatz und die erste mobile App eines sozialen Netzwerks sein, die auf der Solana Blockchain basiert. Ich meine, wir alle haben gesehen, wie die Popularität von NFTs im letzten Jahr wirklich explodiert ist und Milliarden Dollar Umsatz pro Monat für Marktplätze generieren. Falls ihr jedoch irgendwann schon mal irgendeinen der beliebten NFT-Marktplätze wie zum Beispiel OpenSea genutzt habt, dann wisst ihr auch, dass sie jetzt nicht die wirklich benutzerfreundlichsten sind, besonders für Krypto-Neulinge. Außerdem gibt es natürlich noch diese verrückten Gebühren, die mit NFTs auf Ethereum verbunden sind und die sind auch zu berücksichtigen, da sie neue Nutzer davon abhalten können, sich zu beteiligen. Genau deshalb hat Artrade seine Plattform so konzipiert, dass sie intuitiv und benutzerfreundlich für alle Menschen aller Fähigkeitsstufen sein wird und warum das Ganze auf Solana aufgebaut ist. Mit Artrade wird jetzt jeder in der Lage dazu sein, innerhalb weniger Augenblicke anzufangen und ich werde euch gleich erklären, wie Artrade funktioniert, welche weiteren Funktionen sie jetzt von der Konkurrenz abheben und wie man an der zweiten Runde des ICOs teilnehmen kann, bevor das Ganze innerhalb von ein paar Tagen enden wird. Bevor ich allerdings damit anfange, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos wie dieses oder auch all die anderen, die ich auf dem Kanal poste, verpassen werdet. Und dieses Video ist in einer Partnerschaft mit Artrade entstanden, deshalb riesiges Dankeschön an das Artrade-Team. So, zu Beginn habe ich jetzt noch ein paar weitere Informationen darüber, wie viel Potenzial so ein Projekt wie Artrade hat. Ich meine, im Jahr 2021, da sind die NFT-Märkte um mehr als 3200% gestiegen und hatten ein kumuliertes Volumen von sage und schreibe 23 Milliarden. Diese Zahlen sind ja alleine schon beeindruckend, aber wenn man bedenkt, dass sie mit weniger als einer Million Menschen erreicht wurden, die NFTs kaufen und verkaufen, bekommt man eine Vorstellung davon, wie viel größere NFTs werden könnten, sobald sie von der breiten Masse angenommen werden. Um die Verbreitung zu erleichtern, gibt es drei Hauptprobleme, für die Artrade-Lösung anbietet. Das sind einmal hohe Gebühren, die Einstiegshürde und die Benutzerfreundlichkeit. Um eine äußerst erschwingliche Benutzererfahrung in Bezug auf Transaktionsgebühren zu bieten, baut Artrade auf Solana auf, wo die Gebühren im Allgemeinen weniger als 1 Cent betragen. Artrade wird auch die Möglichkeit bieten, NFTs kostenlos zu erstellen, was ein Anreiz für Künstler und andere Kreative sein könnten, die die Plattform ausprobieren möchten. Die derzeitige Einstiegshürde für NFTs ist relativ hoch, vor allem, wenn jemand mit Kryptowährungen noch überhaupt nicht vertraut ist. Man muss sich jetzt zunächst eine Web3-Wallet erstellen mit genügend Kryptowährungen für Gas und die NFTs, die man kaufen will. Dann muss man eine Verbindung zu einem Marktplatz herstellen und lernen, wie man ihn benutzt, um zum Beispiel einen NFT zu erbieten oder ihn direkt zu kaufen. Artrade übernimmt jetzt alle notwendigen Funktionen eines NFT-Marktplatzes und fügt noch weitere Funktionen hinzu, um die Nutzung interessanter und auch unterhaltsamer zu gestalten. Und bietet das alles in einer einzigen Plattform, als mobile App oder als Webseite. Die Verfügbarkeit als App mag jetzt auf den ersten Blick keine allzu große Sache zu sein, aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann hat es direkt mehrere Vorteile. Erstens macht die Tatsache, dass alles in einer einzigen App verfügbar ist, das Ganze viel zugänglicher als der traditionelle NFT-Marktplatz, bei dem man eine separate Wallet und eine separate Webseite hat. Außerdem sind die Leute im Allgemeinen eher bereit, etwas auszuprobieren, wenn sie nur eine App runterladen müssen, um anzufahren. Eine weitere Möglichkeit für Artrade, die Benutzerfreundlichkeit der App zu erhöhen und den sozialen Aspekt der App zu verstärken, ist, indem sie die Möglichkeit bieten, euer Instagram- und euer Twitter-Konto auf eurem Artrade-Profil zu verbinden. Das bedeutet, ihr könnt euch mit dem selben Publikum, die ihr auch auf der Plattform habt, mit Artrade verbinden. Für Kreative bedeutet das, dass man ganz einfach NFTs für die Fans starten kann und für Einzelpersonen bedeutet das, dass man sich mit seinen Freunden in Verbindung setzen und mit ihnen NFTs teilen kann. Zu guter Letzt ist der soziale Aspekt von NFTs einer der wirkvollsten. Viele Sammlungen werden als Profilbilder auf Twitter und anderen Plattformen verwendet. Um diesen sozialen Aspekt jetzt zu nutzen, hat Artrade die Marktplatz-Funktionalität mit einer sozialen Plattform kombiniert. Um euch jetzt mal eine bessere Vorstellung davon zu geben, wie das Ganze aussehen wird, da habe ich euch mal ein Demo-Video der Plattform mitgebracht, das ich euch jetzt vorspielen werde. Wie man jetzt an diesem Clip sehen kann, ist die Plattform ziemlich flüssig und leicht zu navigieren für Menschen aller Fähigkeitsstufen. Vielleicht ist euch hierbei auch aufgefallen, dass sie ziemlich ähnlich wie Instagram aufgebaut ist, denn das hat sich ja als eines der erfolgreichsten sozialen Netzwerke erwiesen. Diese Vertrautheit wird auch dazu beitragen, dass die Menschen sich auf der Plattform sofort zu Hause fühlen sollen. Kommen wir jetzt zu einigen der anderen neuen Funktionen, die auf Artrade verfügbar sein werden, angefangen mit Live-NFTs. Die Nutzer werden in der Lage dazu sein, sich selbst oder Szenen aus der Umgebung zu erstellen und diese in NFTs zu verwandeln. Die Technologie für diese Funktion wurde von Artrade-Team sogar patentiert, sodass es sich um eine einzigartige Sache auf der Plattform handeln wird. Die Nutzer können jetzt über eine Chat-Funktion miteinander interagieren und die Leute können auch die Profile der anderen durchstöbern, um zu sehen, welche an NFTs ein Nutzer mag und welche sie zum Verkauf anbieten. Um die Nutzung jetzt noch weiter zu vereinfachen, können die NFTs entweder per Kreditkarte oder über eine Kryptowallet gekauft werden, sodass, falls irgendjemand neu am Kryptomarkt ist, der muss nicht erst einmal diese Wallet einrichten, solange sie es nicht möchten. Artrade hat bereits rund 15 Künstler und Markenbotschafter gewonnen, die NFTs für das Unternehmen erstellen und sie der Plattform hinzufügen werden, sobald die in Betrieb geht. Außerdem gibt es eine Botschafterkampagne, die derzeit läuft. Was auch momentan läuft, das ist die zweite Runde des Artrade-ICO für den nativen ATR-Token. ATR wird jetzt sowohl zur Freischaltung einzigartiger Funktionen auf der Artrade-Plattform als auch zur Teilnahme an Abstimmungen für strategische Entscheidungen für das Projekt gebraucht. In dieser Runde verbleiben noch etwa zwei Tage und die dritte Runde wird dann am 24. Januar live gehen. In der zweiten Runde gibt es eine Mindestinvestition von 250 Dollar, einen Preis pro Token von 3 Cent, eine einmonatige Sperrfrist und vier Monate Westing. In der dritten Runde gibt es einen Mindestbetrag von 150 Dollar zu einem Preis von 4 Cent und keine Unverfeilbarkeitsfrist, also je nachdem was ihr bevorzugt, kann die eine Runde für euch attraktiver sein als die andere. Wir können die Tokenverteilung hier im White Paper sehen. 50% des Angebots fließen in die drei ICO-Runden, 22% der Projektreserven und der Rest in diese kleinen Kategorien. Die ICO findet genau hier statt, auf der Artrade-Webseite. Um jetzt daran teilzunehmen, müsst ihr einfach nur ein Konto einrichten und dann den Anweisungen folgen, die sie hier bereitstellen. Artrade hat bereits rund 3,5 Millionen Dollar eingenommen, die es ihnen ermöglichen werden, die Plattform auszubauen und weiter zu expandieren, sobald sie in Betrieb geht. Alles in allem ist das hier ein Projekt, das meiner Meinung nach ziemlich vielversprechend aussieht. Also, falls ihr mehr über Artrade erfahren wollt oder falls ihr am ICO teilnehmen möchtet, dann könnt ihr das wie immer über die Links in der Videobeschreibung machen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie immer freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar schreibt, einen Daumen nach oben da lasst und das Video mit euren Freunden teilt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann im nächsten Video.